Ein Mann, zwei Mädels, drei Mädels, vier. Komm mit, komm mit, gleich fahren wir. Ich heiße Anna. Ich heiße Schmidt. Der Hund heißt Oskar. Die drei, die nehmen Frau, es steht's mit. Oskar, Anna, Bruder, Schubitz. Hose, Jacke, Brock und Temp. Was tragen hier die Leute? Der Mantel groß, die Mütze klein. Das zeigen wir euch heute. Ein Mann, zwei Mädels, drei Mädels, vier. Komm mit, komm mit, jetzt fahren wir. Komm, Oskar. Aber und? Und nur ein kleines Bad. Schau mal her. Nur ein bisschen Wasser. Schau mal. Schöner Knochen. Großer Knochen, Oskar. Schau mal. Schau. Oskar. Ein schöner Knochen. Großer Knochen. Schöner Knochen. Komm. Lecker, lecker, lecker. Lecker, 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 lecker. Ach, komm, Oskar. Komm. Komm, Oskar. 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 Blöder. Und. So, Oskar. Jetzt hab ich dich nun ab in die Badewanne, Oskar. So, so, Oskar, Oskar. Ach, was ist das für mein, oh, meine Hose. Ganz nass. Oskar. Tür auf, Tür auf. Anna kommt. Und du, sitz. Tür zu, 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 zu. Zu spät. Hallo, Oskar. Was ist los? Herr Schmidt, Ihre Hose ist nass. Tür zu, Tür zu. Bitte. Bitte sehr, Türspinne. Warum ist Ihre Hose nass, Herr Schmidt? Meine Hose, mein Hemd, meine Schuhe, meine Socken, alles ist nass. Oh, dieser Oskar. Mann, oh Mann. Ist Ihre Brille schon wieder weg? Was ist denn hier los? Oskar mag kein Wasser. Aber sie. Aber sie. Hier. Ein Hemd, eine Hose, ein paar Socken und ein paar Schuhe. Das rote Hemd mag ich nicht. Hier ist nur ein Hemd. Wo sind alle meine Hemden? Ist das alles? Ja. Ein Hemd, noch ein Hemd, drei Hemden von Herrn Schmidt, der Rock von Anna und die Jacke von Andreas. Und das hier? Eine Hunddose von Herrn Schmidt. Oskar, Oskar, Oskar. Mein Gott. Bleib gut bleiben. Der blöde Hund. Raus. Wo kommt denn der her? Das ist Oskar. Er gehört Herrn Schmidt. Dann ab zu Herrn Schmidt. Sofort. Aber ich muss Herrn Schmidts Hemden und die Unterhose nochmal waschen. So ein Mist. Bring den Hund nach Hause. Ist ja gut. Komm, Oskar, wir gehen nach Hause. Was ist denn das für ein Karton? Oskar, Oskar. Was machst du denn da? Oh, schöne Hüte. Deine schönen Hüte. Ein schöner Hut. Ein Hut für den Sommer. Ein gelber Hut. Ein Hut für den Herbst. Ein Hut für einen Mann. Ein Mann. Aber ich bin kein Mann. Ich bin eine Frau. Ach, das rote Hemd. Es steht Ihnen gut. Der Hut steht dir auch gut. So ein schöner Hut. Oh. Ich wünsche mir einen Pullover. Ich wünsche mir eine Sporthose. Oh. Ein Schal. Und, ähm, ich wünsche, ähm, ähm... Mir eine lange Hose. Oh. Komm mit, Quatsch. Wir spielen Fußball. Oh, nein. Mir ist zu kalt. Oh. Jetzt komm, wir spielen Fußball. Nein. Warum nicht? Ich, ich hab keine Schuhe an. Was trägst du?